Deutsch lernen durch Hören Sperrmüll Sperrmüll ist alte Möbel, Fernseher und Maschinen aus privaten Haushalten, die zu groß für die Mülltonnen im Haus sind. Wenn man durch die Straßen läuft, sieht man manchmal große Berge von Müll vor Häusern. Das ist doch Sperrmüll. Meistens ist es nämlich so, dass die Menschen ihren Müll auf die Straße stellen, den sie nicht mehr brauchen und bis das Sperrmüllauto kommt, gehört der Sperrmüll keinem mehr. Arme Menschen nehmen sich etwas vom Sperrmüll mit, auch wenn das eigentlich nicht erlaubt ist. Die meisten Menschen tolerieren das aber, denn sie wollen die Gegenstände ja sowieso entsorgen. Abfallgebühren sind recht teuer und man bezahlt nach Volumen der Abfälle. Wenn sich Arme also etwas wegnehmen, kann es sein, dass man weniger bezahlen muss. Die Müllabfuhr fährt den Sperrmüll dann unter anderem zu Recyclinganlagen, sodass die Abfälle wiederverwertet werden können. So werden aus alten Dingen neue Produkte hergestellt und die Umwelt wird geschont. Abfallgebühren sind rechtford. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020